...der selbstständig seine Saugkraft reguliert und es auch anzeigt. Der Erste, der sich selbstständig auf den jeweiligen Teppichbelag einstellt. Der Erste, der selbst weiß, wo viel und wo wenig Saugkraft benötigt wird. Und der ganz von selbst sparsam mit Energie umgeht. Der neue Siemens Super mit Ed's Elektronik. Ein Name hält Wort. Siemens. Hallo Freunde, hier ist die neue Mickey Maus. Im Spiel- und Bastletail gibt es jetzt den Katz-und-Maus-Jucks. Ein aufregendes Spiel auf einem herrlichen Disney-Poster. Tja, alle lieben Mickey Maus. Mit vielen lustigen Comic-Seiten. Die größte Jugendzeitschrift der Welt. Mickey Maus. Jeden Freitag neu. Abfluss verstopft. Aber Paul. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, Na was ist denn schon dabei? Da nimmt man Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. Also in Zukunft Abfluss frei. Und Rohrverstopfung kannst du vergessen. Abfluss frei. Mit dem roten Dreieck. Herr Knopf, der alte Bonvivant, Isst morgens herzensgern Croissant. Frau Doris liebt den Knopf ja sehr. Und Knack und Back noch umso mehr. Original Croissants im Nu. Der Knopf, der langt auch heftig zu. Knack und Back von Kraft. Zum besten Frühstück weit und breit. Ofen frisch zu jeder Zeit. Citizen präsentiert die vielzeitige. Schönheit der Analoguhr mit den Multifunktionen in Digitaltechnik. Der Charme? Kostbarkeiten der Quarztechnik für Sie. Die Eleganz? Superflaches Design mit höchster Präzision. Aus der Citizen Quarz-Kollektion Faszination in Technik und Design. Nur im Uhrenfachgeschäft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als unsere Freunde eines Tages in der Schweiz walten, da interessierte sich Stan sehr lebhaft für einen echten Bernadiner. Weniger für den Hund.